Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man den Canon Selfie CP910 WiFi ganz schnell aufstellen kann und in Betrieb nehmen kann. Das ist keine Kunst und ist ziemlich einfach. Hier in dem Video zeige ich euch, wie es geht. Als erstes, bevor wir nun den Drucker in Betrieb nehmen, müssen wir ihn natürlich erstmal auspacken. Ein kleiner wichtiger Hinweis, der Drucker kommt in der Standardkonfiguration ohne Druckpatronen und ohne Papier. Das heißt, ihr müsst hier, wenn ihr loslegen wollt, entweder ein dementsprechendes Set kaufen oder das Papier und die Druckpatronen im Set nachkaufen. Zuerst packen wir natürlich nun den Drucker aus. Achtet bitte jetzt darauf, den Drucker vernünftig auszupacken und achtet auch darauf, wenn ihr den Drucker aufstellt, dass ihr sämtliche Klebestreifen auf dem Drucker entfernt. Das ist bei verschiedenen Druckern immer so eine Sache. Diese Klebestreifen sind manchmal dazu da, um diverse Bildschirme, Klappen oder dergleichen zuzuhalten. Und bitte entfernt alle Klebestreifen. Seid ihr euch hier nicht sicher, schaut ihr bitte mal kurz in die Bedienungsanleitung, was da alles verklebt ist, damit ihr auch wirklich alle Streifen entfernt. Nicht, dass dann irgendwie zum Schluss eine böse Überraschung kommt. Haben wir nun den Drucker entnommen, so sehen wir eigentlich im Prinzip drei Bauteile vor uns. Einmal die Druckerkassette, das ist die Kassette, wo das Papier eingelegt wird, den Drucker an sich selber, sowie den Stromanschluss, der wiederum aus zwei Teilen besteht. Um den Drucker nun in Betrieb zu nehmen, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr verbindet erstmal den Drucker noch nicht mit dem Stromnetz. Ihr nehmt euch zuerst eure Druckerkartusche und euer Papier. Habt ihr dieses noch nicht, müsst ihr es wie gesagt erwerben. Ich habe es hier in einem Set erworben, das heißt 108 Blatt Papier und drei Druckerkartuschen zu je 36 ausdrucken. Dieses Set war für mich die günstigste Variante. Ich habe dafür bezahlt ca. 30 Euro. Der Preis schwankt hier stark. Es wird im Internet gehandelt zwischen 26 und 46 Euro. Hier empfiehlt es sich so günstig wie möglich zu kaufen, da sich ja extrem stark auf den Endpreis der Fotos auswirkt. Im Durchschnitt wird hier ein Foto zwischen 29 Cent und 45 Cent kosten. Also würde ich sagen, dass der Druckpreis dieses Druckers im Durchschnitt liegt, aber im oberen Durchschnitt. Um den Drucker nun in Betrieb zu nehmen, geht ihr folgendermaßen vor. Ihr nehmt euch eure Papierkartusche, schaut nochmal, dass sie auch nirgendwo verklebt ist und öffnet diese Papierkartusche. Diese Papierkartusche hat zwei Abdeckungen. Der erste Deckel wird einfach hier oben geöffnet, nach unten geklappt und dann haben wir nochmal eine Plastikabdeckung. Die können wir auch öffnen. Hier legen wir nun unser Druckerpapier ein. Achtet bitte darauf, dass ihr das Druckerpapier nicht mit den Fingern auf der Glanzseite berührt. Fasst es bitte seitlich an und legt es in die Druckerkartusche so ein, dass die Glanzseite nach oben zeigt. Benutzt ihr das Postkartendruckerpapier, achtet bitte darauf, dass die Briefmarke der Postkarte an der richtigen Position liegt. Schaut ihr bitte auch nochmal in die Bedienungsanleitung. Auf der Kartusche ist ein P aufgedruckt und dort muss die Postkarte eingelegt werden. Wo das P ist, muss die Briefmarke sein, aber bitte wieder mit der bedruckbaren Seite nach oben. Haben wir dieses nun erledigt, nehmen wir als nächstes unsere Druckerkartusche. In meinem Karton befinden sich drei Stück davon. Schauen uns diese Druckerkartusche an, öffnen sie erstmal. Hier drin ist eine kleine durchsichtige Folie, diese wirkt leicht gelblich. Achtet bitte darauf, diese Folie muss unbedingt gespannt sein. Ist sie das nicht, greift ihr hier an der Seite ein und dreht etwas an diesem Drehmechanismus, um sie zu spannen. Habt ihr sie gespannt, legt ihr bitte die Druckerkartusche in die Seite des Druckers ein. Hier haben wir so eine Klappe, die öffnen wir und hier schieben wir die Druckerkartusche ein. Fasst bitte die Druckerkartusche an der Seite an, sodass sie sich nicht beschädigt beim Einschieben und schiebt sie vorsichtig ein. Und zwar so, wie sie hineingehört. Sie passt nur in eine einzige Richtung. Bitte schiebt sie so ein, bis sie hörbar einrastet. Wir sehen hier oben einen kleinen Einrastmechanismus und damit haben wir sie verrastet, verriegelt und es ist alles einsatzbereit. Zum Schluss nehmen wir nun unsere Papieraufnahmekartusche oder unseren Papierhalter und legen diesen in den Drucker ein. Wichtig, wir haben hier oben noch eine Klappe. Achtet darauf, dass sie geöffnet ist. Diese Schutzklappe ist nur dazu da, wenn wir das Papier längere Zeit in dieser Kartusche lagern wollen, dass wir es schließen können, sodass es nicht einstaubt. Öffnet diesen Deckel und steckt das System einfach vorne in den Drucker ein. Als nächstes verbinden wir nun den Drucker mit dem Stromkreis und unseren Netzadapter mit unserem Drucker. Der Canon Selfie CP910 kann natürlich nicht nur mit Netzstrom betrieben werden. Es gibt auch diverse Akkusysteme, die werden natürlich auch hier hinten angesteckt. Diese kosten nochmal zwischen 30 und 70 Euro. Somit kann man den Drucker dann auch komplett mobil einsetzen. Der Drucker ist somit nun betriebsbereit und kann einfach in Betrieb genommen werden, indem wir hier auf der linken Seite die On- oder Power-Taste betätigen. Wir sehen, der Drucker fährt hoch. Jetzt richtet sich der Drucker ein. Wichtig, wenn ihr den Drucker oft ein- und ausschaltet, verbraucht ihr hier etwas Tinte. Das kann natürlich bedeuten, dass ihr schlussendlich ein oder zwei Fotos pro Kartusche weniger ausdrücken könnt. Nachdem wir den Drucker nun in Betrieb genommen haben, müssen wir ihn natürlich erstmal einrichten. Das heißt, wir drücken als allererstes die Menü-Taste. Zuallererst kommen wir in die Grundeinstellungen. Wir gehen einfach mal die Grundeinstellungen Stück für Stück durch. Um den Drucker auch zu verstehen, wäre es natürlich jetzt sinnvoll, den Drucker erstmal auf Deutsch umzustellen. Dafür scrollt ihr entweder ganz nach unten oder einmal kurz nach oben. Und hier haben wir nun versteckt unsere Spracheneinstellung. Hier wählen wir natürlich jetzt erstmal unsere Sprache aus. Das wäre in meinem Fall Deutsch. Und somit sind wir damit einsatzbereit. Das heißt, unser Drucker ist jetzt in deutscher Sprache. Jetzt können wir unsere Einstellungen vornehmen. Ich erläutere nochmal kurz die Einstellungen. Als allererstes haben wir hier die Ausführungen. Das heißt, hier können wir einstellen, ob wir Hochglanzfotos haben wollen oder die Fotos ein leichtes Muster haben sollen. Also ich nehme hier einfach mal Hochglanz. Als nächstes sehen wir die Einstellung Renter. Ich nehme natürlich Randlos. Man kann natürlich auch mit einem leichten Rand drucken. Ich bevorzuge aber den randlosen Druck. Im dritten Punkt haben wir das Seitenlayout. Das ist sehr schön. So können wir ein College machen. Das heißt, ein Collegelayout. Wir können also mehrere Fotos auf einem Foto unterbringen. Das müsst ihr hier einmal einstellen. Habt ihr das eingestellt, wird das beibehalten. Ich zeige es euch einfach mal. Wir können zweifach, vierfach, achtfach, eine Übersicht. Da werden die Fotos natürlich extremst klein. College oder einfach wieder einfach Standardfoto. Ich mache hier einfach mal die Auswahl vierfach. Um euch mal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn wir ein Foto ausdrucken. Merkt euch einfach, ich habe vierfach eingestellt. Und somit können wir dann vier Fotos auf eines platzieren. Dann haben wir als nächstes die Option Bild optimieren. Wer ein geübter Fotograf ist und schon ohnehin sehr gute Bilder macht, schaltet hier eventuell aus. Für alle anderen, ihr könnt hier die Bildoptimierung einschalten. Hier versucht der Drucker noch das Maximale aus dem Bild herauszuholen. Also ich würde empfehlen, diese Einstellung einzulassen. Als nächstes haben wir die Helligkeit. Hier können wir die Helligkeit der Fotos etwas optimieren. Dann haben wir glatte Haut. Hier könnt ihr optimieren, dass kleinere Fältchen in der Haut ausretuschiert werden. Das entspricht einer Art Weichzeichnung des Fotos. Wer das möchte, schaltet das bitte ein. Wer das nicht möchte, lässt das bitte aus. Unter My Colors können wir jetzt die Farbintensität etwas einstellen. In der Regel würde ich empfehlen, diese auszulassen. Allerdings könnt ihr diese natürlich auch hochputschen oder dementsprechend nacharbeiten. Hier habt ihr auch diverse Programme, wie zum Beispiel Spain oder Schwarz-Weiß und könnt nun euren Fotos quasi einen gewissen Farbtouch verpassen. Ich würde sie im Normalfall auf auslassen. So druckt ihr das Bild im Originalen aus. Hier kommen wir nochmal speziell auf die rote Augenkorrektur. Hier könnt ihr auch mal in diesem Punkt nochmal wählen, rote Augen korrigieren. Wer jetzt sehr viel mit Blitz arbeitet, dem würde ich zwingend empfehlen, diesen Punkt einzuschalten. Hier kann man dann, wie gesagt, automatisch den Drucker anweisen, rote Augen auszukorrigieren. Das heißt, das Rot wird meistens mit einer Art Schwarz ersetzt und scheint nicht mehr so rot aus den Augen heraus. Man hat damit quasi die roten Augen entfernt. Dann haben wir einen Datumstempel. Manche Leute möchten einen Datumstempel auf ihrem Foto haben. Diesen kann man hier natürlich einschalten. Dann haben wir das Datumsformat. Hier könnt ihr einstellen, wie das Datum auszusehen hat. Im Moment ist es eingestellt Tag, Monat, Jahr. Das könnt ihr natürlich beliebig rotieren. Wichtig ist, wird das Datum aufgedruckt. Also war euer Fotooperat richtig eingestellt, wird dann das Aufnahmedatum korrekt aufgedruckt. Automatisches Abschalten. Das ist ein Punkt, den würde ich euch empfehlen, eventuell einzuschalten. Während wem das allerdings nervt. Man muss ja auch wissen, wenn der Drucker ausschaltet und danach wieder eingeschaltet wird, wird er etwas Tinte verbrauchen. Das muss halt jeder selber wissen, braucht er das, braucht er das nicht. Ich lasse es in der Regel an, da ich gerne vergesse, mal meine Geräte auszuschalten. Also wähle ich hier den Punkt ein. Man kann hier leider keine Zeit wählen. Oder wir schauen mal einen Punkt weiter unten. Nein, wir können leider keine Zeit wählen. Er wird hier automatisch nach einer gewissen Zeit abschalten. So, damit haben wir das Grundmenü eingestellt. Das heißt, der Drucker ist jetzt vom Grundmenü her betriebsbereit. Wir gehen wieder zurück mit der Zurück-Taste. Und kommen nun zu einem anderen wichtigen Punkt. Wir können ja mit diesem Drucker uns mit unserem WLAN verbinden. Das ist eine sehr schöne Aktion. So brauchen wir den Drucker nicht kabelgebunden irgendwie mit dem Rechner oder sowas verbinden. Das heißt, wir können den Drucker mit unserem WLAN verbinden, können mit unserem Handys drucken, mit unserem PC drucken oder eigentlich mit jedem kompatiblen Gerät hier Fotos an diesen Drucker senden. Um das vorzunehmen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir begeben uns zuallererst in das WLAN-Menü. Habt ihr den Drucker eventuell gebraucht, gekauft, empfehle ich euch, das Menü von unten her aufzurollen. Das heißt, ihr geht in den unteren Punkt mit der Hochtaste und setzt erstmal das komplette WLAN-Menü zurück, sodass alte WLAN-Systeme oder WLAN-Passwörter vergessen werden. Und somit ist das System wieder zurückgesetzt. Und ihr könnt quasi mit einem sauberen System beginnen. Als allererstes schauen wir uns mal die Verbindungseinstellungen an. Wir haben hier natürlich jetzt den Namen, den das Gerät tragen soll. Den können wir mit der Taste Edit umschreiben. Habt ihr diesen Namen umgeschrieben in den Namen, den ihr haben wollt, ist das der eindeutige Name, mit dem der Drucker identifiziert werden kann. Als nächstes kommen wir dann, wenn wir OK drücken, zu dem nächsten Punkt. Hier wählen wir nun die Verbindungsmethode aus. Hier ist wichtig zu wissen, was für Verbindungsmethoden es gibt. Wir machen jetzt über WLAN-Netzwerk. Das heißt, dass ihr den Drucker direkt über euren Router verbindet. Ihr könnt aber auch den Drucker direkt verbinden. Das heißt, direkt mit einem Smartphone oder mit einem anderen kompatiblen Gerät. Das heißt, somit braucht ihr kein WLAN-Netz, sondern könnt euer Handy nehmen, könnt es direkt mit einem Drucker verbinden und könnt es somit drucken. Einen kleinen Wermutstrophen gibt es allerdings trotzdem noch für Windows-Nutzer. Denn die Windows 10 Treiber-Version ist leider noch nicht erschienen. Stand November, Dezember 2015. Die aktuelle Version wird erst irgendwann Mitte 2016 erscheinen. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie Canon sehr, sehr arm. Wir fahren einfach mal die Variante durch, die die meisten Personen nehmen. Wir verbinden den Drucker mit unserem Standard-WLAN-Netz, was wir in unserem Haus haben. Die einfachste Art und Weise, den Drucker hier zu verbinden, ist die Schnellverbindung. Die sogenannte WPS-Schnellverbindung. Das ist extrem einfach. Hiermit müsst ihr nur an eurem Router die WPS- oder WLAN-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Und somit sendet dann euer WLAN-Router ein Verbindungssignal aus. Das können wir natürlich hier mit diesem Drucker empfangen und können ihn so mit dem WLAN-Netz verbinden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Zugangspunkt zu suchen. Somit könnt ihr einen Zugangspunkt suchen, auswählen und hier dann euer Passwort separat eingeben. Oder wir haben die Variante manuell einstellen. Somit können wir unseren Zugangspunkt manuell wählen. Dieser Schritt ist nur für Profis zu empfehlen. Ich empfehle erst mal, den WPS-Punkt zu verwenden oder die WPS-Verbindung. Die ist für den Standard-Nutzer die einfachste Art und Weise. Ich drücke hier einfach mal diese Methode. Hier haben wir zwei Methoden. Wir haben die Standard-Methode oder wir haben die PIN-Methode. Die Standard-Methode heißt, wir drücken die WLAN-Taste an unserem Router und alles läuft automatisch. Oder die PIN-Methode, das ist eine etwas sichere Methode. Somit stellt ihr sicher, dass ich keinen an euer WLAN einhacken kann, währenddessen ihr die Verbindung macht. Das muss aber am Router konfiguriert werden. So wird am Router ein Passwort festgelegt, ein PIN und der wird jetzt an den Drucker gesendet. Könnt ihr hier den PIN eingeben, könnt ihr euch verbinden. Wir nehmen die Standard-Methode und betätigen OK und jetzt müssen wir an unserem Router, wie gesagt, die WPS-Taste suchen und betätigen. Jetzt drücken wir, nachdem wir die WLAN-Taste am Router betätigt haben, hier OK und die Verbindung wird hergestellt. Mein Zugang wurde erstellt. Ich habe mich mit meinem WLAN verbunden. Jetzt bestätigen wir die ganze Geschichte mit OK. Hier oben in der Ecke ist das WLAN zu sehen und wir sehen hier drüben den Empfangsstatus des WLANs und somit sind wir einsatzbereit. So und damit habe ich euch schnell erklärt, wie ihr den Canon Selfie CP910 auspackt, aufstellt, einrichtet und schlussendlich zur Funktion bringt. So und damit komme ich dann auch zum Ende dieses Videos. Hat euch das Video in irgendeiner Form weitergeholfen, so würde ich euch einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr Videos zu diesem Drucker hier schauen, so habe ich euch einige hier unten in den Anmerkungen sowie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken und ihr kommt zu den dementsprechenden Videos. Wollt ihr noch mehr meine Videos schauen, so könnt ihr natürlich auch gerne auf meinen Kanälen mal vorbeischauen oder generell diesen Kanal hier abonnieren. Denn abonnieren auf YouTube ist bei mir kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage hier, bis zum nächsten Mal.